So Leute, Tom ist wieder am Start. Moin erstmal. Äh, ja, ich nehme mal wieder den Part jetzt hier das zweite Mal auf. Schon wieder mal wieder, ja, egal. Äh, wegen, äh, bestimmten Äußerungen, aber ist jetzt egal. Äh, vielleicht habt ihr es mitgekriegt. Meine Stimme klingt nicht anders, aber, äh, in Anführungsstrichen besser. Mein neues Headset ist endlich da. Und, wartet mal kurz. So, jetzt, ähm, jetzt, äh, ja, mein neues Headset ist da. Mein PC ist völlig neu gemacht. Das kann ich euch ja dann auch mal im nächsten Part zeigen, irgendwie. Völlig neu gemacht. Also, äh, ich hab... Ja, wie soll ich das sagen? Also, mein Vater hat mir Windows neu draufgespielt. Ich hab... Ähm... Hm... Ah, kurz was getrunken. Tschüssi. Ich hab... Äh, neue... Also, die neuesten Treiber, gut, die hätte ich mir auch selbst drauf machen können. Ich hab eine SSD-Festplatte jetzt halt als Hauptfestplatte. Dadurch ist mein Windows noch ein Tick schneller. Ja, äh, also... Ist schon relativ geil. Jetzt, der PC geht schon ziemlich ab. So, äh, anderthalb Minute fast gedauert. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Und dann gehen wir jetzt in den Grand Prix. Die 150er-Klasse natürlich. Und, ähm... Äh, ja. Hier war Luigi. Äh, ne, freaky, oh mama. Äh, troll ich. Okay, what the hell. Hä? Sorry, ähm, eigentlich... Äh, den hab ich schon... Also, aufgenommen gehabt. Äh, egal. Jedenfalls ist der Mushroom Cup, müsste, glaub ich, 10 sein. Wenn mich jetzt nicht... Also, weil wir haben ja mit dem angefangen. Also, den Shell Cup. 9, 10, genau. Und dann geht's los. Also, ihr könnt ja mal... Also, für die, die das Video sehen, ob... Ähm, schreiben, ob die Stimme jetzt besser klingt. Oder halt, ob sich noch mehr verschlechtert hat. Ne, also... Ist schon ein ganz nice Headset, find ich. 3, 2, 1... Ja, man, also, ich muss auch erstmal jetzt wieder reinkommen. Ich hab echt lange nicht mehr gezockt. Ich hab auch aktuell noch, äh, sozusagen, äh, Computerverbot, sag ich jetzt mal, für die Woche, für, also, für in der Woche. Weil ich hab in letzter Zeit meine Noten ziemlich, als Schule auch ziemlich vernachlässigt. Und, ich werde in dem, den letzten Parts, äh, ziemlich leise gewesen sein, wofür ich mich entschuldigen muss, weil, äh, ich hatte irgendwie was komisches gemacht, da, dass da der Pegel, also, wenn man die Soundeinstellungen vornimmt, fürs Mikrofon, dass der der Pegel halt immer weiter runter geht. Pro Minute oder so, keine Ahnung. Ja, deswegen ist man dann halt immer, bin ich dann halt immer leiser geworden. Und deswegen will ich mich auch nochmal entschuldigen dafür. Und wir kriegen scheinbar kein Item. Und wir flaggern. Lol, naja, ist vielleicht ein Fehler. Egal, wir haben kein Item gekriegt. Aber, das wird sich egal. So, was stand heute so an? Heute ist, äh, Samstag, der 13.04.2013. Es ist 16.59 Uhr. Wow, ey, was für krass. Was für eine krasse Zeit. Und, ähm, wir hatten heute Fußball. Ich hatte Fußball. Äh, ja, wir haben, äh, den Gegner 13.1 aus dem, in Anführungsstrichen, Stadion gefegt. Aber, war sehr, es war hochverdient. Also, wir haben, hätten viel mehr Tore schießen können. Wir haben bloß die Chancen nicht genutzt. Okay, ich wollte gerade Windschatten ziehen. Vielleicht kriege ich ja nochmal Windschatten, dass ich den Bowser nochmal überholen kann. Nicht, natürlich jetzt. Ey, was ist denn das? Jetzt wird da, naja, egal. Ähm. Next course. Ja, und, also, 13.21. Ich habe auch ein Tor gemacht. Ich bin ja eigentlich Verteidiger seit neuestem. Sozusagen halt. Ja, von hinten. Nee, ganz von hinten. Zwei. Eins. Also, ein Stück hinter der Mittellinie abgezogen. Und, also, ich spiele ja noch, ja, ich sage ganz ehrlich, ich bin, ich spiele Kleinfeld. Also, ich bin 13 erst. Aber egal jetzt. Und, ja, deswegen habe ich einfach mal draufgehauen und, ja, da ging das Ding einfach mal rein. Ja, ich habe schon einige solcher Tore gemacht. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nie die größte Schusskraft, ganz ehrlich, aber, ähm, Präzision im Abschluss, in Anführungsstrichen im Abschluss habe ich, ist schon nicht ganz schlecht ausgeprägt bei mir. So, Todd kriegt erstmal zwei rote Panzer. Bowser führt natürlich noch, aber wir kommen jetzt auch langsam ran. Naja, okay. So, ähm, morgen, wie ihr wisst, habe ich ja schon irgendwann mal gesagt, bin ich ja Schiedsrichter. Naja, noch nicht ganz. Morgen pfeife ich meine ersten zwei Spiele. Ja, man, freue ich mich schon, also, ich freue mich schon drauf, aber ich, oh, ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Wer? Wer? Gott. Achso, naja, äh, jedenfalls, ich freue mich schon drauf, ich bin auch ziemlich aufgeregt, aber, naja. Egal, ich muss einen Schluck trinken. Sie haben übrigens jetzt 18 Punkte. Wir nehmen jetzt bereits sechs Minuten und 20 Sekunden auf. Ja, äh, irgendwie verschiebt sich das mit dem Ton immer ein Stück weit. Muss ich da mal gucken. Deswegen sind auch einige Folgen ziemlich asynchron, weil ich nehme das ja mit Audacity auf, den Ton, weil da halt sozusagen besser wird. Ich kann das noch ein Stück weit bearbeiten, aber sonst passt das schon zwei, eins, okay, das war ein echt kleiner Schnellstart, aber besser als ein normaler Start. Und, ähm, naja, was hat das für Nachteile gehabt, mein PC neu zu machen? Ähm, äh, ich hatte ja gesagt, dass ich jetzt hier danach eventuell FIFA machen will. So, da hat's natürlich gleich erstmal, also ich hab den Ordner, alles rüberkopiert. Hat's natürlich nicht, äh, die Excel mit rüberkopiert und, äh, naja, ich kauf mir die Spiel halt, nee, ich lad mir die schon. Egal. Jedenfalls muss ich jetzt gucken, wie ich an den, äh, wie ich an den Crack komme und so, et cetera. Bla, bla, bla und so. Oh. Boah, die Sonne scheint übelst heute bei uns. Es ist übrigens 17.02. Auf meine Ohr. Boah, ey, alter Schwede. Meine Augen tun auch voll weh. Naja, jetzt hab ich endlich mein neues Headseater und da muss ich das natürlich auch gleich nutzen, indem ich das aufsetze und paar Folgen aufnehme. Hihi, den Baus haben wir getroffen und aktuell stehen wir nicht schlecht. Boah, alter, ey, was? Boah. Ey, es geht gar nicht. So, jetzt hier aber, so. Fuck. Naja, egal, wir haben drei Bananen, die haben so ein lustiges Gesicht. Egal, jetzt muss ich gucken, wie ich, äh, FIFA an den Crack kommen und so, bla, bla, bla. Weil, naja, mit einer 2000er Leitung will ich das ganz sicher nicht nochmal runterladen. Völlig abgelehnt. Oh, nee. Ähm, ja, da kommt ein roter Panzer, der uns natürlich trifft, aber nicht an unserem Sieg anfechten. Wuhu. Eben mal die Augen kurz schreiben. Oh. Ich könnte jetzt auch das, so ist das solche, äh, hier, Rollos in Anführungsstrichen runtermachen, aber es geht jetzt nicht, weil ich jetzt gerade aufnehme, wuhu. Oh, die spinnen voll elan heute nicht. Nee, geht schon. So, äh, das kann man auch als Thema einsprechen. Äh, ja, heute habe ich, äh, wo ich vom Fußball wiedergekommen bin. Äh, äh, irgendwie, äh, rechtsextreme Terrorzelle, ESD, ESD, genau jetzt, äh, zwei, eins, boom. Was halte ich von solchen, von Rechtsextremität oder wie man das sagt, oder halt ganz generell rechtsextremen Leuten. Also, ganz am Anfang schon mal, überhaupt, absolut und gar nichts. Es ist einfach nur, äh, was hat Hitler, was hat Hitler Deutschland gebracht? Ja, er hat es einfach nur in Ruin getrieben, er, er hat, äh, es, es wurde aufgeteilt, bis jetzt, also echt jetzt mal, wieso, wieso, wieso ist man rechtsextrem, wieso? Wieso macht man so, ist doch so dumm. Na, egal, jetzt, eh. Jedenfalls, äh, Hitler hat viel Schande und Leid und so über Deutschland gebracht. Also, äh, ich bin strich gegen, sozusagen rechtsextremen Dingenscheiß, aber so. Aber, äh, echt mal, was, was soll das? Das ist doch völliger Scheiß. Och, ne, egal, Themawechsel. So, äh, naja, äh, keine Ahnung, was ich jetzt sagen wollte, sicher, nur vier Bananen verloren oder so. Ja, wir sind erster, glaube ich. So, wir haben sogar noch Vorsprung. Freaky, oh mama, nanananananananananana. Äh, ihr solltet euch auf die nächste Folge freuen, das ist ja natürlich jetzt nochmal aufgenommen, da ist jetzt die nächste Folge schon sozusagen gedreht und so, alles, da erklär ich das. Aber in der nächsten Folge wird, äh, mal ein bisschen Abwechslung sein. Die nächste Folge ist auch noch mit meinem alten Headset aufgenommen, das ist jetzt das allererste, was ich mit dem neuen aufnehme. Und so. Ja. Äh, ja. Ich bin auch ziemlich froh, dass ich das jetzt endlich hab, weil das war in allen Läden, in denen ich war. Und das sind wirklich alle, die es da gibt, sozusagen. Oder wo es das geben könnte. War es wirklich ausverkauft? Geh, überhaupt nicht. In einem Laden, in einem Laden, hat mir vor meiner Nase in, und so ein Hengst das, Hengst, was das weggeschnappt, ey, so ausrasten können. Freak your mama, ey, das war schon das letzte Rennen. Oh, wir haben gewonnen, cool. Na, ich habe lange, echt lange nicht mehr gezockt. Deswegen. Und, äh, was ich auch in letzter Zeit mich eigentlich frage, was, was besser ist, ähm, ob halt Fraps, das macht halt so große Videos, oder Dick, Dick Story. Ich hätte nicht so, das macht halt kleinere Videos und die Qualität soll genauso sein und so, keine Ahnung, wer ist. Ich bin eigentlich mal, ich bin eigentlich noch am Überlegen, tja. Wer weiß, wer weiß. Ein Sternrang. Nice. Nice one. Nice one. Okay, Leute, da bin ich dem Part jetzt hier und, ja, dann. Haut da rein, wo es nicht glatt ist, könnt da rennen. Und, wow, Flasche wurde nicht gefallen. Ich trinke übrigens Ginger Ale. Puh, von, äh, herr, egal, jetzt, Schlechtwilbung, oder ne? So, das wollt ich schon immer mal machen. Äh, äh, bleibt straff und so. Haut da rein, auch wenn der Part jetzt vielleicht nicht so elanvoll war. Äh, ich hoffe trotzdem, dass euch gefallen hat. Und, äh, äh, wartet, wartet, wartet. Äh, Leve, Montag, Dienstag, Montag, 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 Montag. Schönes Wochenende noch, nein, Spaß. Wenn ihr den an einem Wochenende guckt, schönes Wochenende. Wenn ihr den in der Woche guckt, schöne Woche noch. Viel Erfolg an der Schule und so. Haut da rein. Ciao. Ciao. Ciao.